Hallo und herzlich willkommen hier beim Licht- und Schatten-Podcast für persönliches und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Andrea Hain und in dieser Podcast-Folge möchte ich ganz gerne eine Guten-Morgen-Meditation mit dir teilen. Ich würde mich unglaublich freuen, gemeinsam mit dir in den Tag zu starten. Setz dich für diese Meditation einfach direkt nach dem Aufwachen auf dein Bett in den Schneidersitz und lass uns gemeinsam meditieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Richte deine Wirbelsäule schön auf. Lege, wenn du möchtest, deine Hände mit den Handinnenflächen nach oben auf deinen Knien ab oder wie eine kleine Schale in den Schoß und schließe deine Augen. Und wenn du deine Augen schließt, spürst du schon, wie eine innere Ruhe in dir entsteht. Atme ganz ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und während du atmest, konzentrierst du dich auf deinen Körper und deine Atmung. Spüre, wie die Luft durch deine Nase in deinen Körper strömt und wieder hinaus. Mit jedem Atemzug kommst du immer mehr bei dir an und spürst, wie sich der Frieden in dir immer weiter ausbreitet. Du bist hier. Du bist absolut sicher und geborgen und kannst deine Aufmerksamkeit von außen nach innen lenken in deine innere Welt in dieses unglaubliche innere Abenteuerland, das in dir drinnen ist. Du bist in dir angekommen. In dieser Welt bist du vollkommen sicher geborgen und beschützt. Du bist nicht alleine in dieser Welt. Du bist behütet von all deinen inneren Kräften. Die Liebe und der Frieden sind immer mit dir. Erlaube dir, von deinem Denken weg, hin zu deinem Fühlen zu kommen, hin zu deinem Sein zu kommen. Deine Gedanken dürfen jetzt ein bisschen Pause machen und du darfst einfach nur atmen, spüren und sein. Berühre nun mit deiner Hand ganz sanft deinen Herzbereich. Du kannst es mit einer Hand tun oder auch mit beiden Händen, ganz wie es für dich am besten anfühlt. Komm über diese Berührung in die Verbindung mit deinem Herzen. Komm über diese Berührung in die Verbindung mit deinem Herzen. Und du kannst dich ganz auf diese Berührung und nehme all das wahr, was du spürst. Vielleicht spürst du Wärme, ein Pulsieren deines Herzens. Und während du dein Herz spürst, fängst du an, immer tiefer und langsamer zu atmen. Ziehe deinen Atem immer mehr in die Länge. Wir machen das jetzt gemeinsam. Atme mit mir gemeinsam. 1, 2, 3 und wieder aus. 2, 3, 1, 2, 3, 4 und aus. 2, 3, 4. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und aus. 2, 3, 4, 5. Einatmen. Und ausatmen. Atme in diesem Stil weiter und spüre gleichzeitig die Verbindung zu deinem Herzen. Spüre die Veränderung in deinem Körper. Du wirst immer ruhiger, friedlicher und entspannter. Mit jedem Atemzug strömt der Frieden über deine Hände in dein Herz und fließt durch deinen ganzen Körper. Entscheide dich nun ganz klar für das Gefühl, was du jetzt in dir spüren möchtest. Vielleicht ist es Frieden. Vielleicht ist es Liebe, Dankbarkeit, Geborgenheit, Zufriedenheit. Wähle dir das Gefühl aus, das du jetzt in dir entstehen lassen möchtest und konzentriere dich ganz auf dieses Gefühl. Du bist dazu in der Lage, dieses Gefühl in dir entstehen zu lassen. Völlig unabhängig davon, was in der Welt um dich herum geschieht. Lass uns für diesen Moment gemeinsam dankbar sein. Du bist hier und ich bin hier. Ich bin unglaublich dankbar für diesen Moment. Danke dafür, dass ich hier bin. Danke, dass ich am Leben bin. Danke, dass ich dieser wundervolle Mensch bin. Danke für diesen Körper. Danke, dass ich sehen kann. Danke, dass ich hören kann. Danke, dass ich riechen kann. Danke, dass ich schmecken kann. Danke, dass ich fühlen kann. Danke dafür, dass ich dieses Leben erfahren darf. Danke, dass ich gemeinsam mit so vielen anderen hier existiere und leben darf. Danke, dass ich alles empfinden darf, alles sein darf. Danke, dass ich diesen Tag erleben darf, dass ich jetzt gleich aufstehen kann, dass ich meine Liebe in die Welt bringen kann. Nun bring deine Aufmerksamkeit über deinen Kopf und spüre die Verbindung mit dem Universum, mit dem Göttlichen, mit allem, was ist. Und dann bring deine Aufmerksamkeit über den Körper, mit dem Göttlichen, mit dem Göttlichen, mit dem Göttlichen, mit dem Göttlichen. Bring nun deine Aufmerksamkeit in deinen Körper, spüre dich in deinem Körper, spüre das Leben in dir, spüre den Kontakt zu Mutter Erde, zur Natur. Verbinde dich ganz bewusst mit deinem menschlichen Dasein und der Göttlichen Kraft, dieser universellen Kraft der Liebe. Nun atme noch einmal gemeinsam mit mir ganz tiefe Atemzüge tief durch die Nase ein. Ausatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Und noch einmal ganz tief durch deine Nase einatmen. Und ausatmen. Und noch einmal ganz tief einatmen. Und ausatmen. Dann öffne deine Augen und komm in deinem ganz eigenen Tempo hier zurück in dein Leben. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag in Liebe, Frieden und all den wunderschönen Gefühlen, die du selbst in dir erzeugen kannst. Die Liebe in mir grüßt die Liebe in dir. Deine Andrea Und ausatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Die Liebe in dir. Und ausatmen. Die Liebe in dir.